Musik Hey Leute, hier ist wieder der Hauptnach von den Tulpik Balles und heute habe ich die HAMR und die QBW LSW am Start. Ich würde sagen, wir fangen wie immer gleich mit der Genauigkeit an. Hier sieht man ganz gut, dass es eigentlich bei beiden Waffen überhaupt keinen Sinn hat, aus der Hüfte zu schießen. Die HAMR ist zwar ein bisschen besser, aber es hat wirklich überhaupt keinen Sinn, da aus der Hüfte zu sprayen. Dann kommen wir gleich zum Rückstoß. Das hat mich ein wenig überrascht, weil beide Waffen einen komplett geringen Rückstoß haben und somit auch ziemlich gut auf Entfernung sind. So, dann kommen wir gleich zur Nachladezeit. Hier habe ich etwas Neues und zwar die Abbruchzeit. Das ist die Zeit, ab der man dann das Nachladen abbrechen kann, indem man zweimal Waffen wechselt oder nach vorne sprintet. Und zum Start sieht man gleich die normale Nachladezeit. Hier ist die QBW ein wenig schneller als die HAMR. Bei der Abbruchzeit gibt es dann eigentlich keinen Unterschied. Beide ziemlich schnell beim Nachladen. Verhältnismäßig für ein MG. Und das Ganze dann nochmal mit einem leeren Magazin. Hier ist die QBW auch wieder ein wenig schneller als die HAMR. So, dann als nächstes gleich zur Reichweite. Bei Grocerange gibt es bei beiden Waffen eigentlich keinen Unterschied. Beide Waffen benötigen da drei Schüsse zum Töten. Bei mittlerer Distanz benötigt die QBW dann einen Schuss mehr. Das ist auch der Grund, warum ich die HAMR um einiges besser finde als die QBW. Und bei großer Distanz benötigt dann die QBW wieder einen Schuss mehr als die HAMR. Und hier nochmal die Übersicht über das Ganze. Hier sieht man, dass die HAMR und die QBW nur am Anfang gleich auf sind. Und die HAMR dann im späteren Verlauf besser als die QBW ist. Dann kommen wir schon wieder zur Übersicht. Die QBW schaltet man mit dem Klasseneditor frei. Also gleich am Anfang. Die HAMR erst abläufig 37, aber das sollte kein Hindernis sein, um die Waffe freizuschalten. Schaden macht die HAMR auch um einiges mehr als die QBW. Sie macht 24 bis 40 Hitpoints und die QBW 20 bis 35. Bei der Munition sind beide gleich auf mit 75 Schüssen und mit der weitenden Magazin 100 Schüsse. Bei der Nachleidezeit ist die QBW wieder etwas besser, aber das sollte eigentlich nicht stören. Dabei nötigt sie 3,72 Sekunden und 4,6 Sekunden bei einem leeren Magazin. Und die HAMR 4,19 Sekunden und 4,79 Sekunden bei einem leeren Magazin. So, dann kommen wir zu den Schüssen pro Minuten. Hier ist die QBW ein wenig besser. Sie hat 937 Schüsse pro Minute und die HAMR 625. Das heißt eigentlich, dass die QBW besser im Nahkampf ist, aber eigentlich ist eine MG nie geeignet für den Nahkampf und deswegen spielt das auch keine große Rolle. Beim Rückstoß hat man vorhin schon gesehen, dass die HAMR fast keinen Rückstoß hat, wohingegen die QBW ein wenig mehr Rückstoß als die HAMR hat, was aber nicht wirklich ein großer Unterschied ist. So, dann kommen wir gleich zu meinen Setups. Die HAMR benutze ich mit dem Zielsucher, so wie eigentlich jeder andere und einem justierbaren Schaft, damit ich, wenn ich anvisiert bin, schnell unterwegs bin. Als Extras habe ich wie immer die cool sichere Weste und die Taktikmaske dabei, dann noch Zähigkeit und Plünderer. Als Premiergranate diesmal Semtex und als taktisches Equipment den Taktikeinstieg. Ja, und bei der QBW sieht das Ganze genauso aus. So, und jetzt noch ein kurzer Ausblick. Am Donnerstag erhaltet ihr von Benny einen Mapguide, wie den Map Mirage, also dem DLC Revolution. Und am Samstag könnt ihr dann euch eine Map aussuchen. Gibt es auch wieder einen Mapguide? Schreibt das einfach in die Kommentare und ich werde mir dann eine passende Map heraussuchen. So, ich hoffe, das hat euch schon weggefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin! Bis dahin!